B-b-b-b-b-bitte stören Sie mich nicht. Ich b-b-b-b-bete. B-b-b-b-b-bin schon den ganzen Tag hier. Shit! Hey, schon okay. Ich wollte Sie nicht stören. Es ist nicht okay. Mein B-b-b-bruder, dieser Idiot. Er ging nicht zum Friedhof. Verschlief im Heu. W-w-w-wusst es? N-n-n-n-n-n-n-nicht. Wachte auf. G-g-g-g-ganz allein. Und es ist wie erwischt ihn. Verdammte Infizierte. Er hat Traditionen nie ernst genug genommen. Aber wer hat das schon? Altweibergeschichten. Aber die sicherstellen, dass der Wind sie zur Sonne geleitet. Das mit Ihrem Bruder tut mir leid. Mir noch viel mehr. Und ich habe noch einen Bruder, der noch lebt. Also, lassen Sie mich in Ruhe. Ich muss jetzt für ihn beten.